Oh ja und weiter geht's mit Metro und naja mit Metro 2033 ne darf man ja nicht vergessen äh im letzten Part was waren da oh weiß ich nicht ah genau wir sind ja jetzt rausgekommen ich ging wieder nach oben in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskau ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Verschichten an der Oberfläche gewahrt aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen genau da war ja dieses lästige Kind das haben wir jetzt abgegeben die Maus funktioniert wieder einwandfrei und was war noch genau dann sind wir auf nette Männer gestoßen die nicht nett sind der verdammte Fledermäuse Bewegung einer nach dem anderen es ist alles mit Eis bedeckt passt also auf ja genau haben wir halt dieses lästige Kind abgegeben das war richtig scheiße dann sind da hinten die Männer abgelaufen wenn ich sie von der Luftschleuse hole muss trete ich ihnen in den Arzt klare klare ich hab sie nicht vergessen hab ich daneben geschossen naja das wird schon irgendwie das muss einfach klappen nehmen wir hier die Messer aber der Wurf muss jetzt aber sitzen was das gibt's doch gar nicht was ist denn das oh 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 gehen wir das nochmal durch wir haben maximal 15 Minuten um die Luftschleuse zu öffnen schaffen wir es nicht ziehen wir uns zur Basis zurück ich habe darüber nachgedacht ob wir sie sprengen können doch ich jetzt oh ok das war jetzt fuck boah ich bin so ein Noob ey das gibt's doch gar nicht kann das scheiße sein ähm ja wie viele Männer habe ich hier jetzt so aufgesteucht 100 mindestens yes wow Alter das sind ja überall jetzt Headshot stimmt's nein Lava fuck oh der war daneben oh ich hab den ich hab den seinen Helm weggeschossen ich hab den einen nach dem anderen snacken wir hier weg beziehungsweise einen nach dem anderen Helm ist jetzt tot oh ja der war wirklich tot aber der nicht ähm was sind denn jetzt dann halt nicht ich glaube ich muss den Filter wechseln so wechselt man aber nicht den Filter ok hat er jetzt einen automatischen neuen Filter drauf gemacht seit wann rennt man aufs Schiff das ist jetzt scheiße wieso stirbt er denn nicht bitte nicht sterben bitte nicht sterben bitte sterben ja damit töte ich ihn wo ist der Dreck sack ja oh ja seine Beine weggeschnutzelt er hatte diese komische Waffe die ist eh schlecht da wundert es mich gar nicht dass ich noch nicht tot bin nö das war jetzt Buggy ich pass dir alles klar gehen wir weiter so was ist das ach ja jetzt müssen wir die nur ausnehmen also wir müssen es nicht aber jemand wie ich sollte das tun bei meinen Munitionsverschwindungen da liegt jemand im Stein wenn es mir Spaß macht hier war noch vorhin sind da bestimmt also jetzt mal realistisch gesehen ja da sind da bestimmt 20 Leute rausgekommen oder so wo sind denn jetzt alle ich hab da gerade mal 5 oder so getötet jetzt bin ich hier unten von hier komm ich doch aber ah ne die sind ja hier irgendwo rausgekommen oder war das oben ne das war oben jetzt müssen wir wieder hoch oder müssen wir hier lang ne ich glaub wir müssen hoch da ist ja noch jemand oh ja Taschen komm du willst auch sterben nein du bist tot mein feuerchen nein geh weg geh weg geh weg geh weg ist das achso ein feuerchen gemütlich das ist laut so von wo schießen die ich glaub ich glaub draußen ist ganz schön kalt ich glaub sogar meine dingels beschlägt davon so wie wir haben ja okay vielleicht sollte ich nicht auf dem feuer stehen wenn ich mich wärmen will lol erfriere ich gerade oder was ja was ist denn das oh jetzt muss ich mal wirklich den filter wechseln glaub ich so wir rocken jetzt einfach durch okay hier geht's nicht lang und hier auch nicht hä ach doch hier geht's ja doch lang aber ich liebe diese Waffe Taschen bei ich bei ich bei ich bei ich die ist so awesome gar nicht meine mama hat gesagt ich bin das Prinzesschen nicht nur heute für immer komm schon komm nikke ja komm schon du willst das du willst es und du kriegst es du willst es nein warte ich bin doch noch daneben geschossen nein er lebt immer noch okay war noch nicht schlecht ah Pension weiß gar nicht ist es gerade nicht zu dunkel ich hoffe nicht nee bestimmt nicht aber trotzdem können wir mal das hier wieder aufladen schon wieder und hier auch anmachen damit es mal hier ne und so damit man hier ordentlich was sieht ähm oh ne oh ne pssst ich bin nicht hier ja okay da sind wir vielleicht nicht runter oh Munition ja da ist Blut und mehr willst du mir nicht zeigen ja genau jetzt folge ich auch noch der Blutspur naja so weit kommt es noch bestimmt nicht da renne ich ja lieber dem Schnaufen entgegen okay da hat aber jemand Hunger hallo oh ich hab ne Idee ein feindlicher Speer lasst ihn nicht entkommen so jetzt warten wir ja bis hier jemand kommt und dann snacken wir den wie viele sind da noch die sind über uns oder na dann folgen wir doch mal der netten Blutspur oh oh wie er um die Ecke geguckt hat oh ne komm guck mal um die Ecke oh 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 ich hoffe damit haben sie sich jetzt selbst getötet wir haben verletzt los ja stimmt einer sagen wir wirklich gestorben woops weißt du kannst kann ich auch bloß nicht ganz so schnell warte yeah headshot hier ist noch jemand oh 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 oder auch nicht was war das pssst ganz leise jetzt stellt er sich mit dem Rücken zu mir deckt er echt der kann mir auflauern oh wie ist denn hier runter aha nein ich will jetzt lieber noch da oben gucken ganz hoch will ich auch ganz hoch will ich auch it's very windy darum geht's ach so so könnte man das immer springen ne ich will da gucken ob das war knapp das war knapp das war knapp ach du da gibt es ja mehr als nur ein ach du scheiße hi hi hey du blödmann hab ich bestimmt getroffen mit der schrottflinter geht's jetzt noch weiter oder wie ja hier glaube ich nein da geht's nicht weiter da will ich nicht hin will ich da hin ja oder ja da ist Munition hier will ich hin das da unten waren wir da schon Essstäbchen hi oh Gott lass mich hier wieder raus ich komm hier nicht mal raus wer zum Teufel ist da willkommen da ein feindlicher Speer lass dich nicht entkommen scheiße lass mich da wieder hoch lass mich da wieder hoch oh Gott lach 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 sehr schön Toter Nummer 1 der hat ja schlecht geschossen schließt ja schlecht schließt ja schlechter als ich ah ok Zeit für eine Spritze ja spüre es spüre es oh brrrr ich bin nicht getroffen damit yes scheiße ja was nimmt man da jetzt das war noch unser cooles Nachtsichtgerät schließt ja schließt ja wir haben verlust er auf den vor den miskerl Ich seh nix Boah, macht die rauch Alles klar So Jetzt muss das in diesem Raum Jetzt erstmal gewesen sein Die Stimmen kommen bestimmt nur anders Oder auch nicht Wo ist er denn? Yes Die hätte ich zurückschmeißen können gerade, wa? Verdammt Ich seh nix Wechsel den Filter Filter Dann Folder Machst du doch sowieso Also, du versuchst's Oh Mit langen Lauf Ne, ich bleib bei lieber Bei Oh Gott Sprachfehler Deutsche Sprache Schwere Sprache Ist er tot? Ja Ist er nicht Nicht tot Alter Wie in so'n Behindertenverein ÖÖ Whoa Äh Ir 동안 Öhö Öö Ir insights Es kann Liegt nix mehr Oder? Ne Ich weiß nicht Seit wann ich aufnehme Das ist jetzt auch egal. Ich habe mir extra vor der Aufnahme noch einen Wecker hier hergestellt, damit ich gucken kann, wie lange jetzt noch Zeit ist. Und dann weiß ich es trotzdem nicht. Ich bin eigentlich voll scheiße. Will die mir irgendwas sagen, diese Lampe? Schon interessant, dass sie mich durchstrahlen kann. Muss ja eine ziemlich starke Lampe sein. Nun. Okay, gehen wir mal nach da hinten, bevor wir rausgehen. In die Freiheit. Und zu den Monstern. Yes! Fünf Dingens. Schon sitzt da nicht mal so, wenn man länger auf R gedrückt hält. Wechselt der die Munitionsabwehr? Irgendwie. Wenn das der Fall sein sollte, dass sowas gehen sollte, dann funktioniert es bei mir nicht. Oh, wie süß. Wie süß. Bei Babypistole. Ja, super. Bei den ganzen Babyspielsachen. Hier mein Kind. Da ist eine Pistole. Headshot. Und dann am besten lacht das Baby danach noch. In kovat. Mach1. Das war's.